So sieht die Zukunft aus. Oder so. Oder so. Naja, so wahrscheinlich nicht, aber wer kann das schon mit Bestimmtheit sagen? Aber wir von der Ulm V sind uns sicher, dass wir jede Menge Energie benötigen werden, um es auch zukünftig warm zu haben, mobil zu sein und natürlich, um die abgefahrenen Roboter und Space-Smartphones möglich zu machen. Und in Sachen Energie sind wir die absoluten Experten. Mehr als 60 Jahre Erfahrung machen uns da sehr, sehr selbstsicher. Wir lieben alles, was wir tun. Suchen, entdecken, messen, planen, bohren, fördern, pumpen, trennen, raffinieren, filtern, investieren, forschen, versorgen, fliegen und Brötchen. Alles von Upstream bis Downstream, wie wir das in der Ulm V nennen. Das ist Carmel Duzis Weg zur Arbeit. Auch Carmel liebt seinen Job. Das ist Carmel Duzis Blick aus seinem Bürofenster an einem schönen Tag. Und das ist er an einem weniger schönen. Aber mit guter Musik von daheim, sagt Carmel, ist alles kein Problem. Und mit klaren Sicherheitsbestimmungen und Kleidung. Denn die Sicherheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird an allen OMV-Produktionsstätten groß geschrieben. Noch größer. Also tragen auch alle Helme. Immer, zu jeder Zeit. Er, sie, er, er und sie. Und apropos. Knapp 20.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ca. 70 Ländern vertreten die OMV in 25 Ländern. Wir lieben Diversity. Hier ein Ausschnitt aus unserem Spot zu dem Thema. We are OMV. Gemeinsam sind wir stark. Das ist Alexandra Werner auf dem Weg in die Zukunft. Und das ist ein Blick in Alexandras Büro. Sie forscht zwar nicht an Space-Smartphones, aber im Zusammenhang mit Öl und Gas kann man schon auch viel innovieren. Und Alexandra liebt Innovationen. Das ist Wilhelm Sackmeier. Er kann uns was dazu erzählen. Mit dieser Kenntnis gelingt es uns immer wieder zusätzliche Ziele zu definieren und so die Olausbeite zu erhöhen. Genau. Und damit sind wir schon beim nächsten Punkt. Nachhaltiges Denken und Handeln. Da fällt alles rein, was Ressourcen schont und einfach gut ist für alle. Sozusagen ein Win-Win für die Gesellschaft, die Umwelt und die OMV gleichermaßen. Also eigentlich ein Win-Win-Win. OMV would like to increase the employability of young people. Zum Beispiel. Oder In the first step we reduce the VOC emission. Exakt. So, weil wir also ganz gute Vorstellungen haben, wie wir die Energiezukunft sichern können, machen wir uns auch keine Sorgen, dass das mit den Space-Smartphones oder den Robotern nicht klappen könnte. Denn wir lieben, was wir tun. Wir lieben, was wir tun.